Meine Information, Nightjet 468, Planabfahrt 19.37 von Bahnsteig 5. Bitte beachten Sie, dieser Zug wird umgeleitet und hält daher nicht in Salzburg-Hauptrande. Bahnsteig 5D, Nightjet 468 nach Paris, Lokal 1. Dieser Zug hält heute nicht in Salzburg-Hauptrande. Dieser Zug hält heute auf dem Passau-Hauptrande. Attention, please. Nightjet 468 to Paris, Rosalie, arriving at Platform 5 E to E. This train will not stop at Salzburg-Hauptrande. This train will also stop at Passau-Hauptrande. Eine Information zur Rangejet 468 nach München-Hauptbahnhof, Abfahrtszeit 19.45 Uhr. Dieser Zug fährt voraussichtlich für den Minuten später. Bitte beachten Sie, dass sich Bespätungen auf jederzeit verändern können. dua von Planabfahrt Fahrt holiday-Hauptrande Ort, achi, über dieinaichte 468 nach München. Eine Information zur Bere Quizzeirr Praxis! Einschläge Sättungen auf die Nummer 5 E to E. Aber wie alt sind Sie, jubben eine letzte Untertitelung des ZDF, 2020